Das ist wirklich nur diese Kamera. Oh, woher sieht mich? Ja, nice. So hinlegen ist wirklich erstmal ziemlich effektiv, ja. So, der ist erstmal schlafen hier. Der liegt doch erstmal ganz passabel, sollte ich es mal. Ist zwar nicht optimal, aber scheinbar ist ja bloß die Sehne wach gewesen. So, hier sind Gitter vor den Fenstern. Hier bist du da vorne an dem Fenster und könnt ihr ja sehen, was drin ist, was nicht raus sah. Schau, was machen. Ja, ne, ne, ne. Oh. Wartet. Nichts. 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 Mal gucken, ob ich die Notenecke so schnauern kann. Ah, cool. Ist effektiv. Auf die Kamera sieht das nicht. Schau, was? Schauen wir uns mal wieder rum. Gibt es hier noch jemand? Ne. Ne, Kamalita nicht so weit es wird. Oh, die Schrottfunkel lebe ich nicht. die typen verstecken also wo hinliegen war nicht so krass im weg ist ich denke ich noch oder macht das langer gelaufen bis besser geht dass man hier wenn man die anderen hochhebt und fallen das truppen zum beispiel wahrscheinlich nicht so weit dann gehören noch jemanden ok haben auch keine ahnung wo ich bin wenn ich einen kessel oder was Das ist eigentlich ganz, sag mal, zweckmäßig der Reflex-Modus, aber wenn es ein bisschen lame ist oder so. Man kann sich dadurch halt immer gut retten. Haupts, meistens jedenfalls. Nein. Und hier wird der Schalter, sind wir nutzbar. Zerflüten. Vielleicht so den Monizier setzt auf meinem iDroid. Ich bin hier. Äh. 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 Und wie hat die Stellung eine Macke? Und zwar. Funktioniert hier doch jetzt. Oh Gott, ist komisch. Jetzt geht's wieder. So. Wo war denn diese LKW? Okay. Okay. Der ist mal hier hingefahren. Also, ich schätze mal, dass der irgendwo hier sein muss in diesem Bereich. Hm. Okay. Okay. Hier kommt wieder nach oben. Ich denke mal, das wird schon der richtige Weg sein. Okay. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. da unten nicht rein? Nee. Komm ich noch höher? Moment mal, hier kann man vielleicht eventuell haben. Nee, komm mal nicht. Dann geht mal hier wieder hoch. Erstmal überwürgt, verschafft auch jetzt noch einer. Ja. Ah, denn hier oben könnte ich jetzt wegmachen. Dann sieht der keiner, wenn er hier oben drückt. Okay, gleich wieder runter. Na klar, können wir das auch machen. Wo ist die Kamera? Was ist denn da hin? Ah. Okay, noch eine Kamera. Okay. Okay. Okay, noch eine Kamera. Okay. Okay. Okay, muss noch ein Typ. Okay, das ist so tief. Ach, na der. Ach der denn hinten. Der brucht entspannt ihn. Ich mach mal den da weg. Der hat ja nicht so die gute Position zum Ruchen. Schauen wir uns mal wieder um. Hm. Sieht auch vielversprechend aus. Hm. Hier könnte ja eventuell nicht wichtig sein. Hm. Und auch nicht. Oh, noch hier. Hier haben sie die Orientierung verloren. Ja. 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 Boah. Ja. 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 Ok, also hier werden wir im Hochrinde kommen. Gut zu wissen. Man hat eigentlich in der Mittelgier immer relativ viele Wege, irgendwie ans Ziel zu kommen. Das ist eigentlich ganz cool, so. Manchmal auch ziemlich unkonditionelle Methoden. Ok. Ja, ja, würde ich nicht machen. Und die auch noch mehr. Ja, ich komme mir natürlich nicht mehr. So, vielleicht wird immer noch die Aufnahme anhören, was nach dem Torrenten. Ich weiß nicht, ich ist noch so eine Bäume. So kann man. Da ist mir was direkt auf. Warte, wenn er hieß. Könnte ich den Typ da oben wegmachen? Das ist der Truck. Dann werde ich ihn mal leise wegmachen. Oh, muss ich vorsichtig sein. Die da unten sehen mich, ja? Okay. Interessant. Die Druckung war auf dem Tisch. Das sind Stickers. Ich bin jetzt hier oben, wenn sie es machen sollen. Aber hier haben wir erstmal einen Weitenweg. Die Drucken nicht, dass sie hier durchs Gitter sehen können. Oh. Die Drucken nicht. Schiebos Kassette 2. Braucht die? Hilft die mir auszufinden, wo pass es? Mal, mal, mal. Mal, 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 mal. Mal, 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 mal. Mal, 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 mal. ja mein nöpfen muss noch musik das sieht ja, kommt mal da ran eventuell ok, wir kommen nicht so weit oh, jetzt sind Waffenhagen, oh Gott, der Typ vom Hinter das ist ja derselbe Wehr jetzt wissen komm mal Munition voll ja, so da haben wir noch mal eine Pistole hier sind wir voll Nö, Nö Barrieren-Schruttfelder nö ok hier noch mal zu so, schauen wir uns mal kurz rum wir sind wir müssen da ran suchen, ne, doch der Tor ist hier und sind sicher wir haben hier vorne und dann irgendwie hier vielleicht bei dem B-Gruppen, die ich schon so, was ist denn hier hm hm hier drin vielleicht oh ich könnte doof werden ist überhaupt kaputt mit dem Ding wo das ein das wer da das ist das das hier aber ich habe es abgenommen alles passiert dann die waffe wollen wir schon aber erstmal die scheunämpfer Abmachen Und die Lampe nehmen wir mal so raus Wo gehen wir doch nicht Okay So, der ist auch wenn er sich Ich weiß nicht, ob die unten drin sind vielleicht Vielleicht sind die auch hinten drin gewesen Oder nein Wenn ich jetzt mal heikomme Hm Ich bin natürlich schau weg von der Aber das ist im Ohr übersehen Ah, ich bin da So, der ist immer wieder so Ich kann ja noch drauf Hm 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 ich bin nirgends ja noch irgendwie weiter, oder? ich muss das eben wirklich spürt von übersehen, aber die sind ja auch ein Greenfeuerantrag ich muss das gerade werden okay, ziemlich effektiv gegen hat, muss man sagen wahrscheinlich ist er doch hier rein, oder? weil jetzt haben die nämlich schon welche verteidigt okay, mörd das ist U-10, die Anfänger von einem checken auf diesen Punkt von Kontakt, auf das ist die Sicherheit, versteht, dass ihr die Hälfte auf und findet ihr, aus Schau, ich schau. Oh, ich kann hier noch mal. Oh, ich muss nur noch mehr sein. Oh, ich muss noch mehr. Ich muss noch mehr. SCP, das ist Delta IV. Wir haben das Wege. Wir suchen die Umgebung. Wir suchen die Umgebung. Das ist die Sicherheit. Verstanden. Seid euch nicht. Nicht die Flanke. Aus. Okay. Wissen nicht, dass ich hier bin? Wissen nicht, dass ich hier bin? Was sind nur die beiden hier? Die haben jetzt wieder aufgeteilt. Okay. Wissen nicht.